hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge tainted grail in der letzten folge sind wir ja zurück in unsere stadt und jetzt bin ich mir ganz schlüssig was mir für eine quest weiterverfolgen sollen dann würde ich sagen probieren wir noch mal und schauen mal irgendwie ob man da irgendwie weiterkommen wenn nicht wirklich sagen beende ich dann hier die kampagne weil wenn es keine quest mehr gibt ist ja relativ und spektakulär da oben gibt es wieder ein quest vielleicht was wird also auf der karte griechischen angezeigt aber hier ist nix also auch wieder ein pack gut dann schauen wir mal weiter wenn jetzt habe ich mir überlegt fange ich in der nächsten folge mal an mehr auf den conquest mode zu gehen wenn es da nicht mehr weiter geht was ist ein schade find weil hier die gegend gefällt mir ziemlich gut ist auch relativ schön gemacht läuft mittlerweile auch wieder rund hat ja glaube vor zwei folgen irgendwie ein problem dass ich im kämpfen mit den karten zu kämpfen hatte weil die ja immer so geflackert haben das haben sie jetzt behoben und ja auch wenn ich das letzte mal in der folge so ein bisschen gedrückt geklungen habe weil ab und an hat ein auch mal die realität aber jetzt jetzt ist vom fröhlich frei weiter hier im let's play die steine schweben nämlich irgendwie aber nichtsdestotrotz ich werde jetzt mal speichern weil ich versuche mich jetzt mal an diesem golem mal gucken ob ich ihn hinkrieg gut er hat von sich aus gespeichert das ist auch ein ding oh gott der 3300 leben das sind auch so kleinigkeiten wo mich an dem spiel noch ein bisschen stören und zwar dass man nicht selbstständig speichern kann und laden kann der speichert automatisch sprich verkackt mir irgendwie ein spielstand und dann ja hat man halt verkackt das finde ich halt nicht so schön an dem spiel aber die musik ist entgeil die feier ich so ein bisschen jetzt habe ich noch einen punkt jetzt versuche ich mal mit der attacke oder ne machen wir anders denn mal gucken wie hoch ich gehen kann oh schaden macht auf jeden fall nicht viel weil ich glaube da fühlt sich auch noch irgendwie ein balken auf dann ein block ja 50 weiter auf weiß allerdings nicht wie weit gut punkte haben wir keine mehr wir hoffen dass wir unbeschadet hier raus kommen und jetzt ist okay jetzt mal das geht vielleicht hoch bis 500 drei attacken vier da haben wir erstmal ein block rein ich probiere es jetzt einfach mal auch wenn wir nicht ganz aufgeladen sind da haut er nicht allzu weit runter aber ich glaube dass wir es nicht schaffen wenn wir es schaffen ist cool ich halte der langsam hoch auch noch mal raus sicher ist sicher auf jeden Fall haben wir schon mal unter 2000 sehr schön so ein block guck mal rein ob man den schaden hat hinter gut gut so ein bisschen bang ist mir schon gut einmal dann dann block haben wir jetzt keinen dann nochmal ach da kann ich nicht genau jo und weiter gehts da haut mich jetzt ganz schön runter ok erstmal zur sicherheit wäre ein block das das kann ich nicht weil ich keine zwei punkte habe da brauch ich drei also kann ich keine attacke mehr ausführen dann hau egal boah das wird auf jeden fall eng weiß allerdings auch nett heiltrenge habe ich hier nicht so machen wir mal was wir müssen mal was essen dann kostet der keine punkte gut und block dann die attacke die attacke also schon keine punkte mehr gut so okay einmal einmal die noch mal raus das wird schon jedenfalls sehr sehr langsam da an der seite wir haben 100.000 das ist schon mal cool so block haben wir wieder einen hier raus die noch mal raus so ende ende ok so ein block dann 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 nochmal ein stamm ein ein punkt habe ich noch dann haue ich die attacke wieder raus yes glaube es sieht ganz gut aus yo yo jetzt haue er aber auch rein aber desto trotz so ui krass ein um ein ab mehr. Aber sicher ist sicher, dass ich gespeichert habe. Ja. Ja. Was machen wir jetzt noch? Da kann ich auch nicht rein. Nee. So, dann gehe ich hier mal runter. Serpentine. Mal drüber. Da passiert nichts. Weil da hinten irgendwie ein Stein ist. Da das Haus. Ich meine, die hätten irgendwie das Gasthaus rausgepatcht. Geh mal hier rüber. Okay, das sind die Inquiry, genau. Kerzen mache. Ich kaufe da mal nix. Gespeichert haben wir. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, ein Like, ein Dislike, Kommentare. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.